Was geht ab Freunde und Supporter? Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir haben ein Problem. Ich habe meinen Spielstand bei Bully verloren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber ihr seht leider, die letzten und einzigen Spielstände sind die hier. Alter, krass, da habe ich einfach um halb 5 Uhr morgens gezockt oder was? Oder wann ist die Uhrzeit? Oder ist das Spielzeit? Spielzeit hatten wir, glaube ich, hier eine Stunde. Ich habe einfach um halb 5 Uhr aufgelumpft. Ja, Freunde, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, warum das passiert ist. Aber Spielstand ist weg. Ich bin richtig gebrochen gerade, ehrlich gesagt. Weil wir hatten nicht mehr viel bis zum Ende. Wir hatten nicht mehr viel bis zum Ende. Ich glaube, es sind 10 Missionen oder sowas noch. Wie viel hatten wir? 41, 42? Und ich glaube, es gibt 52 oder sowas. Oder Mitte 50 irgendwie sowas. Und bis dahin nachzocken. Nee, könnt ihr euch ja vorstellen. Nee, nee, nee. Ich bin einfach richtig gebrochen. Ich könnte kotzen. Ich wollte es mit euch durchziehen auf jeden Fall. Weil es einfach ein nicest Game ist. Also für die Leute, die das komplett nachholen wollen. Ich habe ja noch ein komplettes Let's Play. Schaut da gerne mal rein. Es war nicht so die gute Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da könnt ihr es wenigstens zu Ende gucken. Ich bin einfach nur gefrustet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Weil die ganzen Folgen hat es ja normal geklappt. Und zack, plötzlich werde ich so zurückgeworfen bis Kapitel 1. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst jetzt die Info. Das war es leider. Scheiße. Einfach nur scheiße. Ich bin richtig gefrustet gerade. Mein Gott, ey. Wirklich. Naja, egal. Sorry. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Danke auf jeden und jede, die bis hierhin dabei gewesen ist. Ja, scheiße. Einfach nur scheiße. Naja, gut. Volle. Passt auf euch auf. Wir hören uns so oder so in anderen Videos. Haut rein und tschüss.